Um immer am Puls der Zeit zu bleiben und höchsten Komfort bieten zu können, haben die Bergbahnen der Zillertal Arena heuer über 35 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur investiert. Dies ist nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher und touristischer Impuls für die Zillertal Arena, sondern für die ganze Region. Die bestehende Wiesn-Alm-Bahn, eine 8er-1-Seil-Umlaufbahn, die ab jetzt Karspitzbahn 1 heisst, wurde in einer zweiten Sektion Richtung Karspitz verlängert und ersetzt die in die Jahre gekommene Sportbahn. Karspitzbahn 2, technische Daten, haben einen 800 Meter Höhenunterschied, 2100 Meter Streckenlänge, wir haben eine Fahrzeit von 12 Minuten und die Beförderungskapazität beträgt 2400 Personen pro Stunde. Karspitzbahn 2, technische Daten, haben ein ganzes Karspitzbahn 2, technische Daten, die in der Hauptbahnhof ist, um die Karspitzbahn 1 angeboten, wird in der Nähe des Karspitzbahn 2, technische Daten, wir haben einen karmischen Daten, die in der Nähe des Karspitzbahn 3, die in der Nähe des Karspitzbahn 3, technische Daten aus der Gäste. Gleichzeitig mit dieser Investition haben wir natürlich die Schneeanlage erweitert. Wir können jetzt die gesamte Sportabfahrt beschneien. Die Sportabfahrt selber ist ja die schönste Abfahrt bei uns im Skigebiet, aber ich behaupte sogar im gesamten Zillertal. Wir erschließen damit natürlich ein Gebiet, zusätzlich weitere drei Hektar Bisten. Viel, viel Neues gibt es also im Winter 2010-2011 in der Zillertal Arena zu entdecken. Am besten direkt vor Ort vom neuen Komfort überzeugen.